Liebe Berlinerinnen und Berliner, am 3. November ist ein Volksentscheid und ich möchte, dass Sie hingehen und ich möchte natürlich auch, dass Sie mit Ja entscheiden. Es geht darum, dass die Stromnetze endlich wieder Berlin gehören müssen und dass auch die Energieversorgung durch ein Stadtwerk erfolgt. Wir brauchen nämlich die Zuständigkeit der Politik. Einmal, um dafür zu sorgen, dass wir erneuerbare Energien bekommen, aber zum anderen auch, um die Preise zu regulieren. Und was die Regierung dort jetzt geboten hat, ist was Halbgewerktes. Zum Beispiel müssen solche Stadtwerke auch berechtigt sein, Strom zu kaufen und zwar dort zu kaufen, wo er besonders billig ist und nicht immer den teuersten anbieten. Das alles ist im Interesse der Berlinerinnen und Berliner und deshalb brauchen wir das. Bitte stimmen Sie einfach mit Ja.